Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer im Gimus mit. Zwischen den Saisonen muss ich mehr oder weniger sagen. Ja, weil das letzte Spiel der Saison 17, 18 vorbei ist und wir bereiten uns dann natürlich vor auf 18, 19, ist klar. Ähm, als erstes terminieren wir natürlich wieder, ähm, wenn man schon die Möglichkeiten hat. So, Hesel ist am abbauen, ja, der kriegt auch mittlerweile sein Alter, muss man ja auch sagen. So, Lempty wird natürlich noch weiter aufgebaut, der Gudi her. So, Abwürfe, Abschläge, so was um den Drehwürmer bitte sehen. Avento, der Außenverteidiger, kriegt ein El Rondo. So, so, El Rondo gefällt mir irgendwie, weil es eigentlich so viel trainiert, ähm, die, äh, bei den jeweiligen Positionen. So, in der Innenverteidiger, Konkai Kon, oder wie er heißt, ähm, kriegt auch ein Training. Und was für eins? Eins gegen zwei, mal ein bisschen schwieriger ansetzen. Und dann sind wir eh schon wieder im Mittelfeld bei Figuria, der wird natürlich, äh, von vorne und von hinten trainiert. So sollte, äh, sollte es auch sein. So, die Übersicht fehlt ihm, er braucht ein bisschen mehr Übersicht. Das kriegen wir, glaube ich, bei den Pässen, yo. Kriegen wir auch. So, Steilpässe. Und alles simulieren, bitte. Mal gucken, was bei rumkommt. Und, ja, solide, jetzt nix, äh, weltbewegendes, Gutes. Meriless ist ein Level aufgestiegen, das finde ich schon mal schön. Passt. Passt auf jeden Fall. Jo, dann haben wir noch zwei Nachrichten im Büro. Die gehen wir natürlich durch. Aktuelles aus Norwegen. So, vielleicht ist da auch ein Linksverteidiger, den wir uns angucken können. Oder sollten. Eher nicht, eher nicht. Ich lasse mal lieber Preisturniergeld. Zusätzliches Transferbudget. 4,881 Millionen. Jo, kann sich sehen lassen. Können wir auf jeden Fall für nächste Saison gut gebrauchen. Ähm, wir sind am Ende der Saison in Nummer 11. Nummer 11 in der Saison. Also, das dürfte normalerweise auch reichen für unsere, äh, Ziele. Also, das reicht auch. Das ist super. Das ist perfekt. Ähm, die Prognose war auf 13. Also, alles im Soll. Finde ich gut. Finde ich schon mal gut. Ähm, wie letzte Saison, Ende der letzten Saison, geht man natürlich das ganze Team mal durch. So, Hesel. Ein alter, zuverlässiger Hase in Bielefelder Tor, muss man zugeben. Ähm, der ist auch immer noch großartig in Form und seine Moral ist sehr gut. Muss man auf jeden Fall sagen. Wir sortieren nach, nach, nach. Position wäre, glaube ich, besser. Ähm, er ist halt einfach, man kennt, die Abwehr funktioniert ein bisschen besser, wenn er im Tor steht. Wieso auch immer. Und alles, was halt dann noch übrig bleibt, fängt er halt dann ab und ist zuverlässig. Ränen. Ähm, ein guter Youngster im Tor ist aber noch nicht auf dem Niveau wie ein Hesel. Das muss er aber noch lernen. Das wird auch noch kommen. In Gottes Namen. Ich werde ihn auch nächste Saison wieder spielen lassen. Ich wollte nur am Ende der letzten Saison versuchen, mit Hesel, so einem Führungsspieler, nochmal da Ruhe in die Verteidigung reinzubringen. Was natürlich auch funktioniert hat. Und deswegen, äh, Ränen jetzt nicht auf dem Abstellgleis. Ich werde ihn fördern. Das bleibt klar. So, Rechtsverteidiger. Lang. Er ist momentan nicht so in Form, sieht man. Aber so alles in allem eine gute, ja, eine gute Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, sagen wir mal so, mit jedem Spiel wird er auch besser. Also, alle noch Butter bei den Fischen. Hat zwar auch schon schön langsam sein Alter für einen Feldspieler. Also, meh. Aber passt schon. Passt schon. Auf jeden Fall. Nächster Rechtsverteidiger. Der Alexandre, äh, 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 Merylis. Der hat einen wahnsinnigen Zuwachs gemacht diese Saison. Hat mittlerweile lang eingeholt, was ich gerade sehe. Und ist 19. Also, ein super junger Spieler, der auf der Rechtsverteidigerposition bei uns echt aufmischt. Und auch seine Spiele gut macht. Also, deswegen habe ich ihn das öftere Spiel lassen und werde ihn auch öfter spielen lassen. Also, der bleibt in der Stammelf. Ähm, Schriftler, dem sein Vertrag läuft aus, um ehrlich zu sein. Mäh. Er hat sein Alter. Er hat gut gespielt, hat gute Dienste uns erwiesen. Ähm, ja, aber... Seine Zeiten sind gezählt, sage ich einfach mal. Nichts gegen ihn, aber... Er kommt halt in die Jahre. So, Innenverteidigung. Gintner. Ist diese Saison erst von Dortmund gekommen? Finde ich persönlich sehr Premium in der Innenverteidigerposition. Ist aber immer noch ein bisschen unauffällig. Ähm, so alles in allem. Aber er macht seine Dinger und man merkt es eigentlich nicht so. Ta! Nachwuchstalent von Leverkusen. Diese Saison für 15 Mille gekommen. Guter Spieler. Guter Spieler. Hat sich bei uns auch schon etabliert und auch, ja, ein bisschen verstärkt. Vielleicht wird er nächste Saison noch ein bisschen besser. Jetzt kennt er ja die Mannschaft schon. Er ist nicht mehr der Neue dann und dann ist gut. So, Burmeister. Äh, ja, im Wechsel natürlich mit Ta! und Gintner, wenn die nicht mehr so fit sind. Eine solide Bank. Die kann man schon mal einsetzen. Also, in Rotation natürlich. 28, seine Tage sind auch bald gezählt, muss man ja auch sagen. Aber immer noch gut momentan. Bröner. Hat sich diese Saison sogar nochmal verbessert? Also eine 70 hat er mittlerweile. Äh, auch ein guter Innenverteidiger. Kann ich eigentlich auch nichts dagegen sagen. Eigentlich gar nichts. So, Horing. Horing quengelt mir zu viel, um ehrlich zu sein. Ist ein Führungsspieler? Okay. Wundert mich. Ist mittlerweile 35. Der will seinen Lebensabend mehr oder weniger hier beenden. Also sein Dasein. Aber ab und zu kriegt er halt nochmal Spielzeit, ähm, um einfach seine Motivation zu geben. Und, ja, schlecht spielen tut er ja nicht. Linksverteidiger. Erwendo, der Youngster, 18 Jahre, 66er, gesamt mittlerweile. Ähm, eigentlich unsere Nummer 1 mittlerweile auf der Linksverteidigerposition. Weil wir momentan eigentlich keine, keine, ja, richtigen, ja, Optionen haben. Aber er macht sich gut. Er macht sich echt gut. Ähm, und wird sich auch noch weiter besser entwickeln. So, Schuppan, natürlich der alte Hase. Wenn, aber wenn du nicht mehr so gut drauf ist, dann kommt halt er zum Zug. Aber liefert halt auch nicht das ab, was wir gerne hätten. Äh, hat sich nicht mehr so gut drauf ist. Aber am Schluss der Saison doch nochmal ein bisschen gefangen und wurde ein bisschen besser. So, alles in allem solide, aber ausmusterungswürdig. Das ist klar, Linksverteidiger sind wir eh schon am suchen. So, Berend, 26 Jahre, ja, ein solider Mann in der ZDM-Position. Wir bauen uns aber da schon wieder einen neuen jungen Spieler auf. Der braucht aber noch ein bisschen. Finde ich jetzt persönlich. Aber er ist auf einem guten Weg. Ab und an setzen wir den jungen Mann auch schon ein. Aber Berend momentan noch die Nummer 1 hier im ZDM-Bereich bei uns in der Mannschaft. Figuria, der Ersatzmann, muss man ja sagen. Äh, ja, steigert sich schön langsam. Er ist halt erst 17. Der muss noch, der reift noch. Der hat ein paar Jahre, äh, hat noch ein paar Jahre bis zu da in der besten Zeit. Aber alles in allem kann man ihn schon mal einsetzen. Macht natürlich hier und da noch seine Fehler, aber das verzeihen wir ihm natürlich noch. Weil, ja, wie gesagt, er ist noch im Aufbau. So, Hamline, rechtes Mittelfeld, ohne ihn kaum zu denken. Äh, ja. Mit Perez zusammen einfach, äh, eine gute Nummer. Hier, auf dem rechten Mittelfeld. Die mischen die Partien relativ gut auf, beide. Also, alles, was ich über Hamline sag, kann ich bei Perez nur bestätigen. Wo aber Perez nochmal den Ticken spritziger ist. Ist klar, äh, er ist auch ein bisschen schneller. Und, ja, jünger ist er eigentlich gar nicht. Aber, er ist halt nochmal ein Stückenspritziger. Ein Stück nur. Hamline ist so, ja, der Distanzmann. Und Perez eher der, ah, aus nächster Nähe. Also, auch Richtung Tor, meine ich. So, ZM, Junglas. Ja, eine gute Alternative. Kann man halt ZDM und, äh, ZOM spielen. Ähm, und macht seinen Job. Er macht seinen Job. Mal besser, mal schlechter. Aber alles in allem recht gut. Punkt. Ist so. So, Avdija. Momentan ausgeliehen bei PC, äh, P. Okay. PSG. Äh, PSG. Äh, PSG. Lies halt vor. Dann geht's leichter. Der ist momentan ausgeliehen. Äh, ist 18. Baut sich momentan bei, bei Paris ziemlich gut auf. Also, ja. Boah, das wird natürlich auch noch ein interessanter Mann. Der kommt auch irgendwann wieder. Der ist, glaube ich, nur ein Jahr fort. Also, zur, zur, äh, äh, zu dem Wintertransfers kommt er wieder zurück. Ich bin gespannt, was er dann für uns im Pedo hat. So kann ich nicht viel über ihn sagen. Er ist halt eine halbe Saison abgegangen. Aber, ja. Afane. Ja, gut, äh, eigentlich der Spieler auf dem linken Mittelfeld für uns. Ähm, momentan hat er ein bisschen so eine kleine Krise. Bringt nicht das, was er sollte. Hat ein bisschen, ja, äh, Schwächen momentan. Aber, eigentlich ein solider Mann. So. Marst verlässt diesen Verein. Keine Ahnung. Ich, irgendwie, ich werde mit dem Jungen nicht warm. Es tut mir leid. Aber deswegen muss er den Verein auch verlassen. Hab auch einmal spielen lassen. Aber war absolut nicht begeistert von ihm. Diese Saison. Und, ja. Das hat sich halt letzte Saison schon rauskristallisiert. Der junge Mann geht. So. So, Gosens. Gosens. Ein wahnsinnig guter Junge. Muss ich auch nochmal diese Saison sagen. Ja, boah, mittlerweile 6,5 Mille wert. Ja, mit seinen 20 Jahren, äh, ein wahnsinnig guter Mann im ZOM-Bereich. Er muss halt noch ein bisschen, ja, den Zug zum Tor lernen und ein bisschen mehr Ausdauer. Aber so alles in allem, er macht schon die richtigen Pässe und, ja, bedient die Stürmer recht gut. Kann man nichts sagen gegen ihn. Hova. Hova ist momentan ausgeliehen. Ist klar. Auf Admiravaka. Kommt bei uns nicht so oft dran, weil entweder bringe ich Gosens oder natürlich den ZM Jungglas. Ähm, und kommt eigentlich bei uns nicht so dran. War ein guter Spieler, ist ein guter Spieler. Vielleicht wird er ja noch besser und wir integrieren ihn wieder ein bisschen fester im Team. Gut, es ist ein Mittelstürmer, wie er im Buche steht. Auf jeden Fall kann man aber auch mal richtig Stürmer spielen lassen. Ist halt erst 17, hat noch sein ganzes Leben vor sich und muss sich eigentlich nicht verstecken. Also er kann schon was. Ist momentan ein bisschen unglücklich, weil er, ja, er einfach nicht so das Tor trifft. Aber das kommt noch, das kommt noch, da glaube ich fest dran. So, Afnenu, äh, momentan nur in der, ne, er ist in der Startelf. Den habe ich in die Startelf beordern müssen, weil sonst wollte er weg. Naja, ich habe ihn noch nicht spielen lassen. Mal gucken, vielleicht kommt das noch und, aber er hat sich schön aufgebaut diese Saison. Nöte, Nöte, mittlerweile 30, aber er kann was. Er kann was, auf jeden Fall und eine gute Verstärkung im Sturm. Äh, wenn mal der ein oder andere platt ist, immer in Rotation, immer ein bisschen andere Sturm-Duo. Das bringt bei ihm viel und wenn er nicht jedes Spiel spielt, ist auch nicht schlimm. Er ist froh, wenn er wieder spielt, dass er spielen kann und dann bedankt er sich meistens auch mit im Tor. Aber hat auch diese Saison drei Stück davon geschossen. Finde ich schon mal super. Und eine Vorlage hat er in der Bundesliga gebracht. Und 24 Einsätze hatte er. So, Jameson, unser Ausnahmestürmer. Diese Saison nicht ganz so torreich, hat aber trotzdem 14 in der Bundesliga geschossen. Wenn der Junge vor dem Tor steht, dann darf sich der Gegner warm anziehen. Boah, ein guter Junge. 3 plus diese Saison. Respekt. Wo geht der Junge noch hin? Ab durch die Decke, sage ich nur. Den habe ich irgendwann für 800.000, eine halbe Mille oder sowas gekauft. Mittlerweile kostet er 5 Millionen Transferwert. Richtig geil. Und ist erst 21. Der hat noch ein bisschen. Budget. Kam in der Hälfte der Saison. Hat sich um 2 verbessert. Sogar bei uns schon. Respekt. Und hat direkt 6 Putzen gemacht. Also, Respekt. Hatte auch 13 Einsätze. Gefällt mir sehr gut, der Junge. Und mit 3,7 Millionen eigentlich relativ billig. Und ja, gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall. Gute Verstärkung hier im Sturm. So. Thunder Beeson. Hat mir noch nie so gefallen. Wie gesagt, nichts gegen ihn. Auch nichts gegen ihn. Weil, ist ja momentan noch in der Bielefelder Mannschaft. Und, und, und. Aber, er gefällt mir nicht. Er ist wie ein Klotz. Er dreht sich wie ein Klotz. Er spielt wie ein Klotz. Naja, deswegen auch diese Saison keine Einsätze. Ich habe Gott sei Dank Ersatz gefunden. Mit Budget. Und ja, in 2 Monaten läuft sein Vertrag aus. Mir egal. Ja, ist er halt weg. So. Kessel. Der junge Mann, den wir als erstes aus der Jugend in die Mannschaft beordert haben. Baut sich mittlerweile ein bisschen auf. Und, ja. Er wird besser. Er wird besser. Die Saison hat er gut gespielt. Kann man nichts sagen. 6,1 in der Gesamtwertung. Also kann man auf jeden Fall auch mal linkes Mittelfeld spielen. Genauso linken Sturm. Ein guter Allrounder. Und er wird halt auch immer besser und besser. Mal gucken. Vielleicht nächste Saison sein großer Durchstarter. Mal gucken. Mal gucken. So, dann sind wir auch schon durch. Lange hat es gedauert. Habe auch viel gequatscht über die Leute. Und, was hier sagt eigentlich der Teamrang so? Magintner ist ganz oben. Tha ist ganz oben. Respekt. Ja. Passt. Wollte ich nur mal gesehen haben. So. Dann können wir auch mal anfangen wieder zu simulieren. Und die Saison, ja. Mal von dann entziehen. Jugendspieler will weg. Maidat. Seinen Vertrag auslösen will. Weil er glaubt, er wäre bereit für die erste Mannschaft. Okay. Muss ich mir angucken. Maidat. Abschlussbericht. Von ihm hier. Mhm. Zuverlässig. Ne 71. Auf die Wunschliste setzen. Kann er mal drauf. So. Aktuelles Ausrussland. Mal durchgucken. Vielleicht ist da ein Linksverteidiger da. Na wo ich sage. Den kann man sich mal angucken. Aber ich glaub der hier. Naja. Faire Zweikämpfe nicht so geil. Der gefällt mir gut. Bitte zu beobachten. Kann man ja mal. Oh. Mal so alle Werte ein bisschen durchgucken. Jetzt hab ich eh schon wieder alle durch. Jo. Hab ich. Schweiz ist abgegrast. Oh Menno. Ihr macht mir echt gerade mal Sorgen. Wo soll ich euch denn noch hinschicken? Ich schick euch jetzt nach Chile. So. Hilft ja nicht. Wenn alles andere abgegrast ist. Kann ich nichts machen gegen. Ach ja. Jugendspieler will weg. Nicht vergessen. So. Meine Fußballspiel. Maidat. Ist 18. Ich kann ihn ja schon mal. Einen Vertrag anbieten. Er ist auf jeden Fall ein linker Mittelfeldspieler. Das ist schon mal gut. Können wir natürlich probieren. Keine Angaben. Gut. Einen Vertrag anbieten. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht will er ja unterzeichnet dann gleich. Und und und. Ab und zu brauche ich halt mal so einen Tritt in den Arsch. Von den jungen Leuten. Wenn sie hier um die Ecke kommen. So. Was brauchst du denn eigentlich? Dribbling. Abschluss. Abschluss ist bei dir das was eigentlich fehlt. Oh. Komm. Abschluss. Muss einfach. So. Flügelspieler. Afnenu. Habe ich wieder nicht geguckt. Was der gute Junge braucht. Übersicht. Der bräuchte dringend Übersicht. Haben wir hier irgendwas. Oh. Dat bringt Übersicht. Mal wieder so ein El Rondo. Uiuiui. Mal in der fortgeschrittenen Version. Mai dat. Mai dat Stellungsspiel. Übers. Ja. Stellungsspiel braucht er hauptsächlich. Wo kriegst du ein Stellungsspiel her? Hier. Ja. Hier kriegt er Stellungsspiel. Kann man ja mal. So. Flügelspieler. Riberio Übersicht. Und Flanken. Stellungsspiel. Fast Stellungsspiel. Äh. Es ist ab und zu echt schwierig mit den Leuten. So. Stellungsspiel.